Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Heute möchte ich mit euch ein Korallenriff zaubern. Die Unterwasserwelt hat ganz schön viel zu bieten, also starten wir direkt rein ins Video. Viel Spaß dabei. Also gut, für meinen Hintergrund starte ich heute mit dunkelblauer und weißer Farbe. Beide Farben sind im Verhältnis 1 zu 1 zu 1 abgemischt. Das heißt, ein Teil Wasser, ein Teil Floatroll und ein Teil Erfüllfarbe. Den blauen Teil trage ich hier unten im Bild auf, so in etwa. Genau, wir brauchen gar nicht alles. Ich habe hier noch ein paar andere blaue Töne vorbereitet. Das soll dann später unseren Ozean symbolisieren. So. Genau. Sehr gut, das reicht uns auch. Im oberen Bereich werde ich mit weißer Basisfarbe arbeiten. Etwas so. Gut, das Ganze verteilen wir jetzt hier mit einem Spatel. Schaut mal hier, ich vermische die Farben des Ozeans so ein bisschen miteinander. So bekommen wir dieses ganz, ganz schöne Farbspiel. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Die sind eigentlich auch für das Backen gedacht, glaube ich zumindest. Allerdings, ich habe schon mal in meinen Videos erzählt, ich bin nicht die größte Bäckerin. Also werden meine Küchenutensilien immer zweckempfremdet für die Kunst. So, das reicht mir schon, das finde ich sehr schön. Jetzt brauche ich noch ein weiterer Spatel für die weiße Farbe. Da solltet ihr nicht das gleiche verwenden. So, die teile ich jetzt erstmal hier großzügiger von unserer Leinwand auf. Genau. Achtet dabei darauf, dass ich mit meinem Spatel nicht in die blaue Farbe komme. So, das reicht uns hier auch schon. Nun kommen wir zu unseren Korallen. Und unsere Korallen machen wir heute mit der Half-Cup-Technik. Dazu braucht ihr einfach einen halben Cup. Wenn ihr kein zu Hause habt, macht es, wie ich, überhaupt kein Thema. Nehmt euch einfach einen Plastikbecher und schneidet ihn ab. Und schon habt ihr ein. Gut, unsere Korallen möchte ich in diesem Sektor anordnen. Ja, etwa so. Genau. Und dazu schichte ich jetzt die Farben Himmelblau, Pfeilandblau, ein bisschen Pink, Zürkis, Grün, Violett und Weiß. Ich werde immer eine weiße Schicht dazwischen geben. Und was wir jetzt hier machen, ist, ich beginne unseren Cup anzuheben und weiterzuführen. Und dann geht's, ich beginne unseren Cup an. Ihr könnt gut sehen, sobald ihr genug Farbe in eurem Becher habt, beginnt er von ganz alleine sich zu bewegen. Ich helfe hier immer noch ein bisschen nach. Genau, so. Einfach, damit ich diese schöne Form behalten kann. Und dann geht's, ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich werde keine Farbe mehr nachtragen, wir haben mehr als genug hier auf unserer Leinwand. Das einzige was ich vielleicht noch machen möchte, ist hier noch ein bisschen nach oben zu dehnen. Ja genau, so ist es richtig. So weit, so gut meine Lieben, kommt mal ein Stück näher heran, guckt euch das an. Ich habe der Farbe jetzt ein bisschen Zeit gegeben sich zu setzen und schaut mal wie schön hier die Zellen aufgegangen sind. Ich liebe diese Art von Acryl Puring, ich hoffe euch gefällt es genauso gut. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch noch mehr Videos hier zum Zellbuilding, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten meine Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.